Und da wachsen dann nie Hühner drin. Ab sofort gibt's Eier. Aber sie wurden zu groß und fett, also sind sie gestorben. Und wurden zu Öl. Und dann kamen die Araber mit dem Bett zu kaufen. Aber was ist denn dann mit den Eiern passiert? Erzähl mal. Sind doch nicht auf, Mann. Ja, ja. Ich bin nicht lustig grad. Ich bin einfach nur müde. Aber scheiße. Okay. Okay. Der erstes kam. Mach zu. Umwelte. Meine Güte.